Ja und somit ein recht herzliches Willkommen zu VIA C8. Wir sind wieder am Start hier in Chile. Ich meine, wie das gut, wir sind am Start in Chile. Und wie gesagt, zweite Etappe gleiche, die Epic Stage 21.01 und dann auch mit den harten Reifen. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangehen. Äh, ich nehme mal von Silvester das Einser-Setup. Äh, yo, dann würde ich sagen, los geht's, Freunde. In eine neue Rallye. Wenn alles passt, ich glaube, mit hoch haben wir gesagt im Livestream wieder. Am Abend. Schauen wir mal. Bis dorthin werden wir hoffentlich Chile hinbekommen. So. Auf geht's. 50, links 3, nicht schneiden. Und links 5, kurz in rechts 4. In Achtung, scharf links 30. Rechts 3, macht auf. Und rechts 6, in links 5, uneben 30. Links 4, mittel, innen halten. 50. Rechts 4, bremsen. In links 2, macht auf. In links 4, kurz. In rechts 2, macht auf. 100. Mittig halten. Sprung über Kuppe. 50. Links 4, leicht schneiden. 50. Uneben. Alter. Und dort ist 5, schwuppen. Links 4, in rechts 4 und links 4. In rechts 4, macht auf lang und macht zu 3, bergauf. Und rechts 5, in Kuppe, mittig halten. Und rechts 4, lang, außen halten. 30. Grüner jetzt das Sektor, das kann ich ja gar nicht. Links 5, über Bodenwellen. Und links 3, mittel, uneben, innen halten. In Achtung, links voll, lang, uneben. In rechts voll, uneben. 50. Scharf bremsen, scharf links. 50. Achtung, Kuppe in Abzweig rechts. 3, innen halten. In links 4, innen halten. Übersprung. 30. Bodenwellen in links 4, lang, über Kuppe. Noch einmal grün, das kann ich jetzt nicht. Achtung, rechts 2, mittel. Macht zu, nicht schneiden. In links 3, in rechts 3. Ich glaube, die Skilling, die wir gemacht haben, mit den Merkrippen, Schotterreifen und allgemein, merkt man auch schon ein bisschen. Alleine jetzt, mit den Hartenreifen schon. Entschuldigung, einiges besser. Und rechts 4, macht zu, 1. Keinesfalls schneiden. Ja, ich glaube, das Sektor ist auch das Richtige. In links 4, macht zu, nicht schneiden. In rechts 3, leicht schneiden. In links 2, mittel. 30. Rechts 4, über Kuppe 80, unheben. Ach, okay, roter Sektor. Achtung, bremsen für links 2 und Haarnadel rechts. Und Achtung, uneben, links 4, macht auf. Mittig halten, Sprung 200. Bremsen, scharf rechts, nicht schneiden. 100, uneben. Links voll, über Bodenwelle 100, unheben. Rechts 6, 50. Achtung, rechts 5, mittig halten, in Sprung, über Kuppe. Und rechts 4, in links 4, macht zu. Und rechts voll, 80, unheben. Boah, zweimal roter, noch zweimal grün, schade. Jawoll, in Knoten, Verengung über Kuppe, mittig halten. Und Knoten 300, unheben, zum Ziel. Jawoll, ich habe es gewusst. Da haben wir wieder einiges hergeschenkt. Da haben wir einiges leider hergeschenkt jetzt gerade. Ja, nämlich den ersten Platz. Das waren die zwei Sekunden, glaube ich. Weiter geht's. Ja, aber wir sind vorne mit dabei. Wir können mehr oder weniger entspannt fahren. Also so wie jetzt eigentlich. Toll, jetzt wird's wild, Freunde. Das war gar nicht der Wild, oder? So, 21,01. Ja, da haben wir keine Zeit. Los geht's. Links 6, uneben, über Kuppe. Macht zu, 5 lang. In rechts 3, 50. Kuppe in links voll, 150, uneben. Achtung, rechts voll, in links 3, macht. Zu, über Kuppe. In rechts 3 und Sprung, in links 6, macht zu. In links 5, mittel, in links 4, mittel, über Boden wählen. Für Kuppe in links 4, innen halten. Und rechts 5 und links 5, kurz, über Kuppe, 30. Bremsen für scharf rechts, Verengung bei Abzweig, 30. Links 4, durch Tor, macht auf, 100. Durch Tor in links 3, macht zu, 30. Ja, dieser leichte, Holzzahn, macht er gern, als wäre man gegen den Felsen fahren. Und scharf rechts bei Abzweig, 50. Links 5, kurz, und rechts 5, uneben. Und rechts voll, macht zu, sehr lang, uneben. Und links 6, kurz, bremsen, in rechts 4, macht zu, in links 6. Und Bodenwelle in rechts 5, in Bodenwelle. Und links 5, lang, uneben, 50. Links 4, kurz, und rechts voll, 50. Links 6, macht zu, in rechts 6. In scharf links bei Abzweig, 30. Links voll, Verengung, uneben, in rechts voll, sehr lang, macht zu, 5, sehr eng. Und links 3, kurz, in rechts 3, macht zu, 200, über Bodenwelle. Rechts voll, 200, über Bodenwelle. Achtung, mittig, halten, überkuppel, in links 4, mittel, macht auf, lang. Jawohl, grüner Sektor, nice. In links 4, kurz, überkuppel, in rechts 6, kurz. Und links 6, macht zu, kurz, und links voll. Inkuppel, in rechts 5, lang, macht zu, 4. In rechts 3, kurz, macht auf, sehr lang, über Bodenwelle. Ah, das sind zu, 31 Kilometer, aber es sind auch viel. Achtung, kuppel, in links 6, gerade lange Stücke dabei. In Bodenwelle, in rechts 5. Und scharf bremsen, links 3, lang, macht zu, 50. Mittig, halten, in links voll, überkuppel, in rechts voll, macht zu, 5, uneben, 80. Für Achtung, Sprung, in links 5, und links voll, 80, uneben. Ja, uneben, da bleibe ich mal lieber, ein bisschen langsamer. Wir können jetzt auch erreden, dass der Ziel einlauft. In links 5, kurz, bremsen, in Haarnadel rechts. Und links 5, kurz, überkuppel, in rechts 5, kurz, 100, uneben. Ah, leider rot, aber ich glaube, das ist immer helllich knapp, mit der Kruppe, mit unseren Kontrahänden. In links 4, kurz, 80. Links 3, macht zu, 50. Bremsen für scharf links, bei Abzweig in rechts voll. In links voll, 50. Kuppel in links voll. Und links 3, mittel, nicht schneiden. Und rechts voll, in Sprung, überkuppel. Und rechts 4, Verengung, macht zu, kurz, leicht schneiden. Und rechts 4, in links 4, kurz, in rechts 3. In links 4, macht auf. In rechts 3, nicht schneiden. Verengung in links 5. Und links voll. Ich glaube, das ist eine sehr geile Grille besetzt. Gefällt mir sehr gut. Und gefahr, Kuppel in links 4. Und rechts 3. In links 3, macht auf. Und rechts 3, macht auf, kurz, über Kuppel. In links 5, hängt nach außen. Und links 5, macht zu, in rechts 4. Verengung, nicht schneiden, 30. Links 4, in rechts voll, macht zu, 3, kurz. In links 2 und rechts 3, innen halten. Und links 2, in rechts voll, überkuppel. In rechts 3, macht zu, kurz, 30. Und rechts 4, innen halten. Und links 3, außen halten. Und links voll, in rechts voll. In Knoten und Kuppel, 200. Großer Sprung, 50. Rechts voll, überkuppel, 30, links 3. In links voll, und Achtung, rechts 3, nicht schneiden. In Bremsen, scharf links, bei Abzweig. Für Kuppel, uneben, in links 5, lang, macht zu, 30. Rechts 1, 2, Abzweig, nicht schneiden. Und rechts 5, kurz, in links 3, macht zu. Und links 6, kurz, 30. Achtung, scharf bremsen, für Kuppel, in scharf rechts, nicht schneiden. Und links voll, mittig halten, überkuppel, 100. Und Bodenwelle in rechts 6, halten, in links 5. Und Kuppel, in rechts 4. Und links 4, kurz. Und rechts 4, kurz, und Kuppel, in links 5, macht zu. Und links 5, in links 5, kurz, macht auf, uneben. In links 3. Und rechts 4, macht zu, kurz, in links voll, macht zu. In rechts 6, leicht schneiden, überkuppel, in links voll. Und mittig halten, für Sprung, überkuppel, in links 6, 50, uneben. In scharf bremsen, für links 3, macht zu. Und rechts 5, 50. Und rechts 6, kurz, 80, uneben. Rechts voll, überkuppel, macht zu, 6, 30. Achtung, bremsen, für scharf links, 500, uneben, überkuppel. Achtung, rechts 6, verengung, uneben, 80. Knoten, überkuppel, und rechts voll, 100, uneben. Ja, nice. Links voll, und rechts 4, macht zu, breiter. Und Achtung, links 5, rechts halten, für kuppel, in links voll, nicht schneiden, 50. Und links 6, kurz, 200. Rechts 5, kurz, überkuppel, 50. Bremsen, für scharf links, 150. Achtung, großer Sprung nach Abzweig, in rechts 5, uneben, bergauf, macht zu. Na, super, Nebel auch noch dabei, ja geil. Und Haarnadel links. Und scharf rechts, 120, uneben. Achtung, kuppel, in links 3. Und rechts 3, lang, macht zu. In links 3, kurz, in rechts 4, mittel, innen halten. Und links 2, mittel, macht auf, nicht schneiden. Und links 2, mittel, macht auf, nicht schneiden. Für Achtung, rechts 5, innen halten, macht zu, 1, kurz, 30. Links 4, kurz, 50. Sprung über kuppel, in rechts voll, Verengung. Und Knoten in links 4, macht zu, 2, kurz. In rechts 3, in links 3, macht zu. Rechts 5, macht auf, sehr lang, uneben, 30. Rechts 5, innen halten, über Bodenwelle in links 4, 80. Scharf rechts, nicht schneiden, bei Abzweig, 80. Links voll, uneben, für rechts voll, uneben. Und rechts 3, kurz, in rechts 3, innen halten. Und rechts voll, übersprung. Und Achtung, links voll, macht zu, 4, lang. In Kuppe, in links 5. Und links 3, kurz, 50. Links 5, lang, macht zu. In rechts 4, über Kuppe. Und links 4, über Kuppe, in rechts 4, 50. In rechts 4, kurz. Und Spung, über Kuppe, in links voll. In links 5, bremsen, mal zu, 2, halten, in rechts 4. In rechts 3, nicht schneiden. Und links 4, 30. Kuppe, in rechts 4, lang. Und rechts 4, kurz, in links 4. In rechts 4, in rechts 4, nicht schneiden. Für scharf rechts, nicht schneiden, bei Abzweig. Leckt mich doch am Arsch. In links voll, in rechts 5, mach zu, 3, mittel, nicht schneiden. Scheiß, Regen hat schon so, dass es schon so entschick ist. Ach Gott, das war wieder... Ai, 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 ai. Aaaaaaah. Ich glaube, wenn wir halbwegs sauber gefahren werden, hätte man sich vielleicht... ...so 5 bis 10 Sekunden erspart. Aber, naja, P4, mit der Leistung jetzt können wir auch noch halbwegs damit leben. Hälte können noch schlimmer gehen, aber... Jetzt wird das keine Strafe, somit, ja. Aaaaah, nur P4 wieder. Ja, mit den kleinen Fehlern haben wir jetzt den Anschluss hier auf OGE und so verloren. An der Spitze, mal schauen, ob wir das noch irgendwie zurückbekommen, aber... Ja, speziell hinten jetzt raus der Regen, das hat man auch nicht gut getan. So, jetzt kommt dann zweimal Soft. Am Tag Nummero 2, liebe Freunde. Das war's schon wieder mit Tag Nummero 1. Ich darf mich recht herzlich bedanken. Ich hoffe, ich lasse mir noch ein kleines... ...lassen wir noch ein kleines Däumchen da, wenn ihr so nett seid. Und, ja, Tag Nummero 2. Mal schauen, morgen, übermorgen, wie es sich ausgeht. Wochenende könnte ein bisschen schwieriger werden. Aber, ich sage mal, bis Mittwoch werden wir Chili auf jeden Fall durchhaben. Dann werden wir die nächste Etappe fahren. Also, bis zur nächsten Folge, Freunde. Tag Nummero 2 in Chile. Mir gefällt es sehr gut. Der Regen war jetzt ein bisschen, ja, das war auch relativ lang. Ein paar kleine... ...ja, Konzentrationsschwürigkeiten habe ich gehabt bei zwei, drei Stellen. Da bin ich wieder munter geworden. Dann habe ich mich wieder konzentriert. Und, naja. Gut. Schauen wir, wie es weitergeht. Vielleicht komme ich noch irgendwie aufs Podium. Vielleicht hat vorne der eine oder andere noch ein Problem, vielleicht. Mal schauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.